Ein einziger Fehler reicht aus. Der Abgrund ist nur einen Schritt von dir entfernt. Ein falscher Schritt nach der Trennung und der Narzisst reibt sich die Hände, weil du wieder in seine Falle gelandet bist. Hallo, ich bin Jörg von Liebesallerlei und ich helfe dir glücklicher zu lieben. Stolpern gehört zum Leben und zur Heilung. Sei liebevoll mit dir, auch wenn du einen Schritt zurück machst. Vergib dir deine Rückschläge und betrachte das Geschehene mit Selbstmitgefühl. Bestimmte Situationen können dir begegnen und dir noch einmal den Boden unter den Füßen wegziehen, selbst wenn du meinst, aus dem ganzen Beziehungsschmerz raus und auf dem sicheren Ufer zu sein. Damit du da gar nicht erst reinstolperst, beschreibe ich im Folgenden die gefährlichen Wiederbegegnungen mit dem Narzissen, die du vermeiden solltest. Noch einmal auf seinen Social-Media-Kanal schauen. Genau genommen ist das eine Art des Selbsthoovering. Jede Kontaktaufnahme zu ihm, ob er davon weiß oder nicht, wird deine Seele und dein Herz wieder in seine Finger bringen. Es mag verlockend sein, der Neugier oder der Sehnsucht nachzugeben und einen kleinen Blick in seinen Social-Media-Account zu werfen. Egal, ob es sein Status bei WhatsApp ist, wieso hast du seine Telefonnummer noch nicht gesperrt beziehungsweise ihn bei WhatsApp gelöscht, oder seinen Insta-Account, TikTok oder Facebook. Es tut noch mehr weh als das Betrachten gemeinsamer Fotos aus glücklichen Tagen, denn über Social Media siehst du, dass er jetzt in diesem Moment mit einer anderen Frau glücklich ist. Und das tut gewaltig weh. Wenn du noch nicht bereit bist, ihn gehen zu lassen und selbst nach seinem Social-Media-Kanal schaust oder ihm nachschmachtest, schadest du dir nur selbst. Du bist noch lange nicht komplett losgelöst von ihm, sonst hättest du ja gar nicht den Wunsch, sein aktuelles Leben zu sehen und die Traumabindung oder Traumabond ist noch aktiv bei dir. Mach dir klar, was in der Beziehung vorgefallen ist. Verstehe den Missbrauch. Tausch dich mit Freundinnen aus. Lerne mehr über Narzissmus. Mach eine Psychotherapie. Denk daran, dass sein Social-Media-Account ein Teil seines falschen Spiels ist, sein falsches Selbst, mit dem er entweder immer noch dich quälen oder eine andere Frau ködern will. Nichts ist seinem wahren Ich ferner als das, was du von ihm öffentlich in Social Media siehst. Aber auf jeden Fall meide ihn. Triff dich nicht mit ihm. Nichtmals zum Sex. Egal, wie gut der war und wie groß deine Lust aktuell ist. Du gerätst nur wieder in seine Fänge, bestätigst ihn und das führt bei ihm zu einer Aufwertung und bei dir zu Selbstvorwürfen. Das musst du nicht haben. Rache Gedanken. Wenn du dich weit genug vom Narzissen entfernt hast, erkennst du seine niederträchtige und verletzende Art sehr deutlich. Dir wird klar, dass das alles nichts mit dir zu tun hat, sondern nur aus ihm herauskam. In dem Maß, in dem dein Zweifel schwinden, kann sich dein Ärger ihm gegenüber ausbreiten. Wenn du realisierst, wie ungerecht das narzisstische System war, liegt es nahe, die Wut über ihn in Gedanken an Rache zu überführen. Ich bin immer wieder überrascht, wie oft ich im Internet lese oder auf YouTube höre, wie man sich am besten an seinen narzisstischen Ex rächen kann und ich denke dann nur, what? Was soll denn der Unfug? Bekommen all die Ratschläge her, es würde Sinn machen, sich an seinen Ex zu rächen. Kompletter Unfug. So verständlich es ist, wegen all dieser vergangenen Ungerechtigkeit wütend zu sein. Und ich finde Wut eine durchaus sinnvolle Emotion in diesem Zusammenhang, denn es gibt halt die Distanz zu dem Menschen, der dir wehgetan hat und verleiht dir die Energie, die du für die Veränderung brauchst. Aber Rache? Was bedeutet dieses Rachegefühl überhaupt? Das zeigt doch nur eins. Du bist immer noch gefangen in deinem Ärger dem Narzissen gegenüber. Er hat nach wie vor Macht über dich und kontrolliert einen Teil deiner Gefühle und Gedanken. Deine Rachengedanken werden zum Teil durch seine schlechten Inprojekte beflügelt. Du lebst seine Angst und seine Abwehraggression aus. Und damit ist Rache nur ein Zeichen, dass du immer noch unter seiner Kontrolle bist. Du hast den Narzissen durch seine Introjekte in deinem Kopf verewigt. Und damit wirst du nach wie vor von ihm kontrolliert. Bist seine Marionette, ohne dass er überhaupt anwesend sein muss. Ich finde das schrecklich. Also, noch einmal ganz klar, es geht nicht darum, ihn fertig zu machen, ihm zu zeigen, wie klein er ist. Schaffst du ohnehin nicht? Und weder seine Heilung noch seine Zerstörung sind deine Aufgaben oder liegen in deinen Möglichkeiten. Ist es hilfreich für dich, ihm Schmerzen zuzufügen und ihm zu zeigen, er hat dich nicht kaputt gemacht? Nein. Es ist wichtig zu heilen. Für dich. Nicht für ihn. Er spielt in deiner Gegenwart keine Rolle mehr. Aber seid ihr sicher, wenn etwas ihn stört, dann dass er erkennen kann, dass du über ihn hinweggekommen bist. Denn das ist gleichbedeutend für ihn. Er hat seinen gottgleichen Status verloren. Er ist genauso gewöhnlich geworden, wie irgendein anderer Mensch. Dein Wachstum, deine authentische Freude ist das, was ihm wehtut. Nicht deine Rache. Wenn du mehr über Liebe und Partnerschaft wissen willst, gib mir ein Like, abonnier den Kanal und denk daran, die Glocke zu aktivieren, damit du auch über zukünftige Videos immer informiert wirst. Du hörst, dass er sich wieder verliebt hat. Über kurz oder lang wird es passieren. Er hat sich wieder verliebt. Und er wäre kein Narziss, wenn er das nicht der ganzen Welt mitteilen müsste. Ob du es über Freunde hörst oder Social Media, er wird es in die Welt hinausschreien. Und er ist nicht einfach verliebt, nein. Er hat die Liebe seines Lebens gefunden. Seine Seelenverwandte. Seine Zwillingsseele. Das kommt dir bekannt vor? Das waren wahrscheinlich genau die Worte, die er dir irgendwann zärtlich ins Ohr flüsterte. Ja, passiert immer wieder. Du bist nicht allein. Du bist nicht die erste Frau, der das passiert ist und du wirst definitiv nicht die letzte sein. Was war in dir lebendig, als du seine Worte über die neue, einzigartige Liebe seines Lebens gehört hast? Zweifel hätte seinerzeit dir gegenüber nicht die Wahrheit gesagt? Wut, Trauer, Schmerz? Was hat sie, dass ich nicht habe? Abschiedsschmerz, denn jetzt scheint die Trennung ja unumstößlich und deine letzte Hoffnung auf eine Rückkehr sind zerschmettert? Oder Freude, weil jemand anders jetzt die Aufmerksamkeit des Narzissen auf sich zieht und du endlich Ruhe von ihm erhoffst? Nimm seine Äußerung nicht persönlich. Seine Worte sagen nichts über dich aus. Seine Worte sagen etwas über ihn. Er ist nicht fähig, tiefe Verbundenheit in einer Beziehung aufzubauen und er braucht permanente Bestätigung seiner Großartigkeit. Durch diese Bestätigung, die der Narzisst erst durch das Lovebombing aufbauen muss, hat er das Gefühl, alles ist okay. Leider ist das nur ein flüchtiger Zustand für ihn und nach den wenigen Wochen des Lovebombing folgt die harte Realität narzisstischer Entwertung für seine neue Liebe über Jahre. Du willst deine Nachfolgerin warnen. Du wirst den Narzissen los und hörst, er habe wieder jemanden gefunden. Vielleicht kennst du sogar die neue Partnerin deines Ex und weißt, was ihr bevorsteht schließlich. Hast du es ja selbst erlebt. Solltest du diese da nicht warnen? Was würde passieren? Wenn er ein grandioser Narzisst ist, befinden sie sich beide in der Phase des Lovebombing und er erzählt ihr nicht nur, sie sei die Größe, sondern auch seine Ex, also du, seist durchgeknallt und könnte ihn nicht loslassen. Ein kluger Narzisst erkennt die Gefahr und baut vor. Verlass dich drauf. Wenn du mit seiner neuen Partnerin sprechen willst, ist sie vorgewarnt und erwartet, du würdest ihr die neue Liebe madig machen. Erinnere dich an deine ersten Wochen mit dem Narzissen. Der Himmel voller Geigen und der tollste Mensch der Welt ist in dich verschossen. Du hast in ihm nicht den Narzissen erkannt und hättest dir jemand erzählt, er würde dich in absehbarer Zeit emotional missbrauchen, du hättest diesem Menschen nichtmals zugehört. Zu allem Überfluss würde dich die neue Freundin abweisen, beschimpfen, ausgrenzen. Ihre Begeisterung deinem vorherigen Partner gegenüber würde sogar noch gesteigert werden, denn immerhin hatte er recht mit seiner Warnung und er muss besonders begehrenswert sein, wenn du dich so verhältst und ihn nicht loslassen kannst. Für den Narzissen könntest du nun nicht besser laufen. Er hat alles, was er will und noch mehr. Seine neue hängt jetzt noch mehr an ihm. Er erfährt die nötigen Bestätigungen und zudem hat er dich wieder in seinen schmierigen Ziele gebracht. Sein Ego müsste eigentlich platzen, Frau Stolz. Falls du dich fragst, ob das wieder eine Triangulation war, ja, und sie ist perfekt aufgegangen. Aber es gibt noch einen viel wichtigeren Aspekt. Du bist immer noch in der Abhängigkeit von deinem narzisstischen Ex-Partner. Ob du dich an ihm rächen willst oder seine neue Partnerin vor ihm retten willst, es kommt im Endeffekt auf das Gleiche raus. Du hängst nach wie vor in seinem klebrigen Spinnennetz. Die einzige Möglichkeit, dich davon zu befreien, ist ihn ziehen zu lassen. Komplett. Keinerlei Kontakt mehr zu ihm. In keiner Form. No Contact. Also auch nicht über den Umweg, seine neue Partnerin vor ihrem Unglück zu bewahren. Du begegnest ihm irgendwann irgendwo wieder. Du bist ihn los. Tagelang, wochenlang, vielleicht sogar monatelang. Auf einmal steht er vor deiner Tür oder Florob und Co. versenden seinen Rosenbouquet mit einem angehefteten Liebesbrief. Ja, er bereut alles. Er liebt dich immer noch. Er bittet um eine neue Chance. Denn jetzt hat er begriffen, wie viel du ihm bedeutest. Papa la pap. Willkommen im Hoovering des Narzissten. Deine Hoffnung kommt wieder auf eine glückliche Zeit mit dem für dich einst wundervollsten Menschen der Welt. Leider ist deine Traumabindung noch aktiv und macht dich empfänglicher und vulnerabler für dich das Schauspiel. Aber nach langem No Contact ist der Schmerz seiner Verletzungen vergessen und du lässt dich nochmals auf ihn ein. Dein Körper reagiert. Er erinnert sich. Vielleicht an das Gute der Anfangszeit, vielleicht an das Schmerzhafte aus der Zeit der Entwertung und eventuell spürst du wieder die Schmetterlinge im Bauch. Du glaubst, über ihn hinweg zu sein, geheilt zu sein, sicher zu sein. Der Sex mit ihm war so gut und dein Verlangen ist schon lange nicht mehr so richtig gestillt worden. Also komm, was soll schon passieren? Dennoch wird jedes auf ihn zugehen, jede Intimität dich triggern und du zweifelst an deiner Klarheit oder deiner Haltung. Was glaubst du, denkt der Narzisst über dich, wenn er beschließt, wieder Kontakt mit dir aufzunehmen? Er ist durch die Trennung und dein anschließenden Wohlergehen in seinem Ego verletzt und er fühlt sich beschämt. Um das auszuhalten und zu kompensieren, will er dich wieder besitzen und schlussendlich auch Macht über dich haben. Er muss gewinnen in seiner Welt. Er spürt genau in der ersten Sekunde eurer Begegnung, wo du stehst und wie seine Chancen aussehen. Das Spiel versteht er bestens. Du bist immer noch verletzlich, die Wunde bleibt und wird immer reizbar bleiben. Es ist wie bei einem Alkoholiker. Du kannst trocken sein, aber du hängst wieder drin, wenn du erneut zur Flasche greifst. Es wird immer wieder zu kleinen Rückschlägen kommen, aber halt dich bitte von diesen fünf gefährlichen Verhaltensweisen zu. Zwei Schritte in die richtige Richtung, einer in die falsche. Drei Schritte hilfreich, zwei schmerzhaft. Wie auch immer deine Erfolgsrate aussieht, halte deinen Fokus auf deine Erfolge und nicht auf deine Rückschläge. Nach der Trennung von einem Narzissen oder einer Narzisstin liegt ein langer Weg vor dir. All deine Gefühle müssen sich nach dem Wirbelsturm von toxischer Beziehung und Trennung wieder beruhigen und langsam neu ordnen. Das braucht Zeit. Das Ich entsteht erst im Austausch mit dem Du. Nur im Kontakt mit einem anderen Menschen bildet sich deine Persönlichkeit. Sei deshalb vorsichtig, wer dein Gegenüber ist und wähle weise. Mach einen sehr großen Bogen um Menschen, die deine Grenzen missachten und zu denen gehört auf jeden Fall dein Narzisstische. Du wirst Zeit mit dir alleine verbringen müssen und dich wieder einem anderen Menschen öffnen. Aber das sollte jemand sein, der es gut mit dir meint. Ich wünsche dir alles Liebe. Jörg von Liebesallerlei Alles Wichtige zum Narzissmus in der Partnerschaft kannst du in meinem neuen Buch lesen. In ihm findest du alles, um Narzissten zu erkennen und ihre Machtspiele zu durchschauen. Du erfährst, wie du in einer narzisstischen Beziehung überleben kannst und wie du nach Beendigung der Partnerschaft wieder zu dir selbst findest und aufblößt. Den Link zu meinem Buch findest du in der Beschreibung. Ich habe dir hier ein paar Videos verlinkt, die dich eventuell interessieren könnten. Vielen Dank.